er hat wer die Macht bei mir zu verwendet ich bin da gar nicht rum Schockader da warum kommt ihr beide auf Munde drauf ich noch wisst dass Katharina da rumgammelt oder nicht du nicht du oh jetzt ist G wieder da oben mit der anderen Olle Mann komm jetzt Elise, das mach es wenigstens hä, was macht denn die da was macht Elise denn da äh, Alter, ich kann Elise nicht verstehen was ach so, ich dachte die macht jetzt Baro das kann schon das Problem ist, dass keiner von uns Schaden macht doch, ich muss Schaden dein Megasturm, ne? ja, ich sag sie, ich schätze meinen Sturm nicht boah, hat der Schaden gemacht du siehst das nicht, aber der macht Schaden ich hab noch mehr Fähigkeiten, die Schaden machen, ja hier zum Beispiel meine Täubchen macht ja auch Schaden oh nein da war G für G hab ich Angst ja, guckst du, ne? 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 lol hä, ich schieb die doch weg die können doch gar nicht reinkommen krass ey, was ist das denn mit meiner Ulti? ich dachte... da war keine Chance gegen die ich dachte meine Ulti schiebt die dann weg und Elise war gar nicht dabei oh ich dachte aber immer dass meine Ulti dann halt so weißt du, die schiebt die weg und die können dann auch nicht reinkommen war ja wohl nix, ey scheiß kack Ulti, ey komm ich spiel danach noch ein Spiel und dann nehm ich mal wieder Garen was schicken wir da unten ok, lenkt uns ab jawohl, ich hab den Drachen getötet, du hast das gesehen siehste? ich mach wohl Damage ich hab den Drachen getötet ich hab den Drachen getötet ich alleine nein, lass mich jetzt nicht alleine stehen jetzt wirft man nur den Axt rein und ich bin wieder ich stehe da auf dem Ecke toll weißt du, ich hab jetzt meine Ulti geskillt und was ist die Verbesserung? ich mach 40 mehr Heal hehehe unwahrscheinlich so auf 5 Mal manner extra kosten nee, nur nur 75 Mal mehr echt, die kein Damage macht das ist echt Janna ist echt die schlechteste so vor Ort aber vielleicht ja Ok, jetzt kommen sie runter die kommen von hinten die kommen, die kommen von hinten Ich hab mal die Taste gedrückt, ja. Nein, ich sterb echt am Ignite. Boah. 15 HP. Ey, ich versteh auch nicht, warum wir alle immer unbedingt auf G gehen, auf Mundo gehen müssen, wenn wir wissen, dass da noch eine Katharina oder ein G rumkommt. Me, wie viel Life hat der uns jetzt getötet? Der hatte doch nix mehr. Der hatte nix mehr. Oh man, ey. Mann, der G macht einfach mega Schaden. Ja, ist das AD oder APG? AD. AD, ne, ja. NASA Ja, la. Uh. D die wahrscheinlich nur die Gegner hier, ne? Komm, wir holen uns mal G. Was denn der G da? Bist du doof, ich geh ja nicht nochmal an den Rand, der tötet mich so. Vor allem, die kommen jetzt alle dafür mit, ne? Nein, lass mich doch alleine gegen den G. Mach ich doch gar nicht. Ich hab dir ein Schild gegeben. War das jetzt nicht ne geile Ulti, ey? Ich sag's dir. Hast du den ins Gras geschubst? Kann das sein? Ja, hab ich. Der hat mich ins Gras geschubst, Mama. Das Riven. Da oben. Ich wusste gar nicht, dass wir eine hier im Spiel überhaupt haben. Eine Riven, ich wusste. Ja, die ist die ganze Zeit richtig, äh... Bah! Weißt du, wenn mein Vogel, der um mich rum fliegt, wenigstens auch noch ein bisschen damit schnachen würde, der Mann, nein, macht der überhaupt nicht. Macht der einfach nicht. Nein, das ganze Team ist einfach kacke, wir haben alle nichts drauf. Was drauf. BAM! Oh, oh, oh! Die, die, die hat nichts mehr. Ach, scheiße. Ja, weil wir keinen Tank haben, deswegen verlieren wir. Ich verstehe auch nicht, was Jax da einkauft. Kauft sich Jax nicht eigentlich immer Gunblade? Ich hab keine Ahnung, ich hab Jax noch nicht so richtig gespielt. Aber ich hätte die... Ich bin fast getötet. Das war echt knapp, ey. Du hast dich ja auch nicht gezogen. Ich seh' jetzt einfach mal hier die... Ich seh'. Passag, ist Sag actually irgendwas? Ich hab fast ein Gefühl dass Er G jetzt irgendwas flamet im Chat oder so... wohnen woher mein sturm macht aber auch wenn er trifft schon 300 der mädchen wenn er trifft und und stammt wo wir sind hier ist mister mundo und katharina und werden wauw warum gehst du nicht alleine du bist supporter du gehst nie alleine oh und jacks da oben ist versuch jetzt durchzubrechen ey da könnte das echt schaffen wow ja ist so ey fühlen sich jetzt cool weil die mit dem kid einen luther geklaut haben hier hallo ich will auch noch spielen ich will mal sehen was die so für tanzmoves hier drauf hat die wackelt mit den titten wenigstens kann die edward ey die macht flapdance mit ihrem stock geil wieso beleidigen uns die hier sie gewinnen doch sind die doof wir sind wir schon Camper ey ganz ehrlich ich hab nur nicht gehört dass es hier in diesem spiel Camper gibt So als wärmer valet restart b kollekt der Die Lauf ist mein Schleier. Ich find das super so geil! Wie der Mund war, wo du nur 2 cm hoch gehübt bist. Das sieht echt immer schnell, weil der so fett ist, da kann ich auch nix für. Weiß? Ich bin, weißt du, ich bin ne Fee, keine Zauberin. Bam! Für mich unnütz, der ganze Kack. Ja, das ist schon unnütz. Obwohl, eigentlich ist das nicht so unnütz. Enough is my Slayer. Das ist nicht unnütz, nein, das ist voll stark. Ich bin weg, ne? Und wohin? Unten. Guckst du mir erstmal zu? Ja. Warum? Das ist voll stark. Das ist voll stark. Das ist voll stark. Pass auf, jetzt hol ich mir Rabadon. Und jetzt fick ich den. Heike Balga, ey. Mit Rabadon zahl ich auch keine Chance mehr. Heike Balga. Heike Balga mit Rabadon. 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 ja ich hab das ja auch nicht voll aufgeladen soja dann ich bin kein Zauberer, ich bin nur ne Fee BAM soll ich mal Damage jetzt machen? komm ich mein's mal Damage ich mein's mal Damage hier BAM was auch wenn jetzt da noch so ein Sturm hinterher, dann gucken die aber na, guck mal wie gut wir sind jetzt end, jetzt, jetzt zumachen fuck da kommt APG, ne ADG ADG warte ich mach mal den Sturm, warte warte ich mach den Sturm mit dem Sturm können die einpacken das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm, das ist einfach das ist ganz schlimm, das ist einfach das ist einfach, das ist immer der Mund alles abkriegt, der macht den Job richtig gut ich find wir sind voll stark nein, das ist einfach richtig schwach guck mal mein Sturm ist richtig gut, ja wie viel Damage wir jetzt gemacht haben wegen meinem Sturm hallo, ich bin voll der Walga ich bin Walga's Alte ich hab nicht mal genug Geld für irgendwas ich bin Walga's Frau wir ficken die jetzt ich kaufe mir jetzt Glanz, weil ich so cool bin, kaufe ich mir jetzt Glanz da kommst du nicht echt Glanz, oder? warum? weil das im Guide steht echt? ja wieso, ich mache ja auch Normal Damage obwohl lieber mehr AP, ne, dann hole ich mir selber mit dem Buch hol ich mir dann lieber hol ich mir lieber den leeren Stab, oder so und sie ja, was soll ich machen? kann Sturm? ok, warte haha alles haha hahaha ich finde das ist stark ich finde das ist stark Wir gewinnen das Spiel noch Der ist völlig aus dem Spiel gegangen, welcher ist das denn? Der Dings ist rausgegangen, der Dings ist rausgegangen Der Dings ist rausgegangen, wir gewinnen jetzt Hä? Der spielt noch mit? Der Steil hat jetzt rausgegangen, wo spielt ihr denn noch? Der Steil hat gerade das Spiel verlassen Soll ich mir das Kristallzepter holen oder den leeren Stab? Die würde ich eher das Kristallzepter empfehlen Das ist schonmal gut für uns Das gibt dir Leben, das ist schonmal gut für dich Mir gibt das Leben? Ja Achso, da ist Zaubervapier mit Wolf oder was? Nee Achso, Leben gibt mir das Achso, ja klar Boah, da hab ich schon 2000 Leben, ey Krass Ich frag mich, was der Monsun auf Stufe 3 macht Bin ich schon total gespannt Ey, die haben ja Dings von uns zerstört Pass auf, jetzt kommt mein Monsun hier mit in die Vasallen Bam! Hast du das gesehen? Voll abgegangen Oh, Rammus ist zurück Oh, Rammus ist zurück Oh, Rammus ist zurück Was hast du gesagt? AP-Genner ist richtig stark? Ja, die war auch richtig stark Aber nur weil ich halt Aber nur weil, okay, ich hab Supported und dann auch noch AP gemacht Was war denn da ein Auto-Attack so richtig stark? Ja Schlechte Axt, Mundo Ich kann nix machen Hau ab, ich kann nix machen Jax, zurück Alter, ist das krass Wieso hallen die sich alle so stark hoch? Jetzt nicht sterben, nicht sterben, einfach zurück Ich hab meinen Sturm gemacht Ja, wenn der mir so doof kommt Ist die denn Tank? Ja, irgendwie schon so ein bisschen Ja Hier die Oh, die sind ja auch Die Shyvana Aber Shyvana hat dann einfach nix drauf Die kann nix drauf haben Das ist so programmiert in diese Weißt du, ihre Ulti so steht So, Shyvana hat nix drauf Und so wie Walgar Jede Sekunde, wo Shyvana Keine Mana mehr hat Cool Cool wär das, wenn ich meinen Cool wär das, wenn ich meinen Turm heilen könnte Weißt du? Ja weißt du, dass das einfach kein Damage macht Das ist echt n Witz Das kann gar nicht sein, dass ne Das ne Ulti so schlecht ist Das kann doch gar nicht sein Das kann doch gar nicht sein John, das ist echt der schlechteste Das ist einfach so krass Hanna mir vor 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 Hanna mir vor